Jetzt muss ich was mit meiner Therapiegruppe teilen. Leute, ich hab mal wieder Astro-TV geguckt und ich bin noch durcheinander. Das ist tatsächlich Fernsehen zum Abschalten, aber wirklich jetzt. Und beim Gucken bin ich aber dann auf Brigitte gestoßen. Und Brigitte ist so eine Art Micky Krause von Astro-TV. Eine Stimmungskanone, also eigentlich gelebtes Konfetti, so eine Art Solo-Wacken. Mehr kann ich eigentlich nicht sagen. Schauen Sie sich das einfach mal an. Ja, hallo liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier bei Astro-TV. Mein Name ist Brigitte Heidemann. Ja, am 29. März hab ich Geburtstag. Es gibt viele berühmte Hellseher, die auch am 29. März Geburtstag hatten. Der Yvonne, alter Kollege von mir und viele andere bekannte Persönlichkeiten. Eigentlich nur drei, so viele auch nicht. Mit mir vier. Finger weg von den Drogen. Liebe Kinder. Finger weg von den Drogen. Kleberschnüffeln kann keine Lösung sein. Vor allem ist Ihnen das auch so gegangen. Dieser Ausschnitt wurde von Satz zu Satz immer schlimmer und skurriler. Zwischendurch denkt man auch, gleich pennt sie weg. Und am Schluss dieses Lachen, wie so ein weiblicher Joker. Und ich hab zwischendurch gedacht, wie viele Zigaretten muss ich rauchen, um diese tolle, sonore Stimme zu bekommen. So, ging aber noch weiter. Was interessant ist, Brigitte ist keine Labertante. Die hat fokus pokusmäßig richtig was drauf und besonders ihr Jupiter-Spezial überzeugt. Hallo, hier ist Brigitte. Ja, hallo, hier ist Anna. Anna, ich freue mich. Ich möchte bitte das Jupiter-Spezial. Sehr schön, Anna. Der bleibt übrigens bis nächstes Jahr. Im März haben wir das Jupiter-Jahr. Und das ist toll. Ich optimiere jetzt die Jupiter-Energie für Anna und gebe ihr diese Energie weiter. Die optimierte für die Fülle, für die Liebe, für die Fülle auch der materiellen Fülle. Alter, ey. Und weil Sie dachten auch, bei Mathe ist das Wort zu Ende, ne? Bei Mathe. Ich glaub, sie hat zwischendurch gedrückt. Da war ein Aufregungstropfen dabei. Ich hab's genau gesehen. Ich hab's genau gesehen. Und sie vergibt Fülle in Hülle und Fülle. Entschuldigung. Und das Jupiter-Spezial, nur damit Sie es wissen, das ist so was wie die Junior-Tüte bei McDonalds, nur halt von Astro-TV. Was aber viele nicht wissen, Astrid-TV, das ist ihre Schwester. Astro-TV, so heißt der Laden. Astro-TV, das ist ein Knochenjob. Wirklich. Da muss man sich höllisch konzentrieren. Und deshalb mag Brigitte es gar nicht, wenn da eine dazwischen quatscht. Ich mach das sehr gerne für dich. Dein Highlight hängt nämlich mit der Liebe zusammen. Und Jupiter ist für die Liebe und für die finanzielle Situation. Ich, hör zu, ich öffne jetzt diese Quelle. Ich, hör zu, hör zu, hör zu. Huch, hör zu, hör zu. Was ist denn mit Brigitte los? Kommt die runter, oder was? Hat die zu viel Jupiter-Energie in den falschen Hals bekommen? Ja, dann stellen Sie sich das mal vor. Da studierst du zehn Semester Hokus Pokus, machst einen Bachelor auf Klangschale, Ja, dann noch eine Zusatzausbildung in Enkeltrick, bist hochkonzentriert beim Betrügen und dann labert einer dazwischen. Das ist nicht nett. So, Brigitte ist aber Naturtalent und Naturtalenten verzeihe ich alles. Und da war ich jetzt schon irgendwie baff, als sie am Schluss, ohne irgendwelche kosmischen Hilfsmittel, einfach so ein paar Glückszahlen aus ihrem Ärmel geschüttelt hat. Hallo, hier ist Brigitte. Hallo, liebe Brigitte. Hallo. Könnte ich vielleicht einmal die Glückszahlen haben? Deine Glückszahlen, das ist die 14, die 18, die 22, die 26, die 31 und die 37. Toi, toi, toi. Ciao. Ja, danke schön. Ciao. Ciao. Ich weiß nicht. Ich habe ein ganz, ganz klitzekleines bisschen das Gefühl, die liebe Brigitte hat sich die Zahlen spontan ausgedacht. Und damit sie nicht durcheinander kommt, hat sie noch nachgezählt, dass sie auch nur sechs verrät. Liebes AstroTV, wenn ihr richtig pfiffig wärt, dann würde ich doch pro Anruf immer nur eine Glückszahl verraten. Oder? Das wäre doch viel geiler. Vor allem, was kostet ein Anruf? Haben die das eingeblendet? Ein Euro? Zwei Euro? Fünf Euro? Ein Leben? Eine Niere? Übrigens, für alle, die es nicht geschafft haben, alle sechs Glückszahlen ergeben addiert 148. Habe ich immer gesagt? 148. Liebe Querdenker, da mal drüber nachimpfen. Ja, ja. Aber sie hat jetzt Glückszahlen verraten. Und die gehören ja jetzt nicht nur der Anruferin. Könnte ich doch Lotto spielen. Das hat keiner gesagt, dass nur sie die Glückszahlen nutzen darf. Oder? Jetzt müsste ich mich nur noch an die Zahlen erinnern können. Äh, was war das? 14? Wo ist die 14? 14. 8? 18. Red lauter. Wer? Wieso? Habt ihr euch das merken können? Ihr seid schlimmer als Rain Man. 22, ja. 26 natürlich. 31? 37. Das ist hier wie bei WKLG aufs Ganze, ne? 37. So, 37. Habe ich. So, das ist jetzt mein Lottoschein. Sie wissen ja, je mehr Menschen mit den gleichen Zahlen gewinnen, desto kleiner der gewinnt. Also spielen Sie nicht mit meinen Glückszahlen. Ja? Das sind meine Glückszahlen. Das reiche ich ein. Wenn ich das gewinne, spende ich das mir. Und mache noch was Vernünftiges.